So Freunde, heute im Reckling Home scheint auch mal die Sonne, jetzt noch mitmachen und dabei sein bitte. Heute fahren wir auch schneller als die Polizei erlaubt hier. Ich bin verrückt! Wir fragen uns, was wird wohl heute geschehen? Ich bin verrückt! Benjamin, wir sagen Hallo! Benjamin! Heute fahren wir auch schneller als die Polizei erlaubt hier. Deine Welt ist schön! Direkt! Aber auch wenn es heute so kalt ist, warte mal hier. Scheißegal! 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 Ich kann nur ein Haus von hier aus sehen! Scheißegal! Ich bin verrückt! Ich bin verrückt! Ich verleihe! Und flieg hin zur arabischen Nacht! Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong! Was ist denn voraller meinen Augen erheuern? Okay! Kleinen Lust! Wir legen ab! Halten Sie sich fest! Los sangen Ich bin verrückt! Du bist der Besitzer! Schloss體! LePonfig! Fubrationsstufe 4 bitte. Au, 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 au. Fubrationsstufe 4 bitte. Nach einer alten Tradition werden am Barbaratag Klischzweige verschickt. Inzwischen weiß man ja, wenn man sich mit Gutfried bewusst und lecker ernährt, hat man auch Lust sich zu bewegen. Heute direkt in den Haufen scheint auch mal die Sonne, jetzt noch mitmachen und dabei sein bitte. Benjamin, Hydrationsstufe 4 bitte. Ich bin zwar von der... Ich bin zwar von der... Perfekt, super. Aber besser kann es nicht gehen. Dankeschön, danke.